Moin! Hier wollen wir uns mal angucken, wie man die Wheatstone-Brückenschaltung benutzen kann, um einen unbekannten Widerstandswert zu bestimmen. Im letzten Video haben wir uns schon mal die Brückenschaltung angeguckt und haben rausgefunden, dass man die Brückenspannung UB mit folgender Formel berechnen kann. So, und um jetzt die Wheatstone-Brücke für Messungen zu verwenden, ist ganz wichtig der Zustand der abgeglichenen Brücke. Und davon sprechen wir, wenn die Brückenspannung UB 0 ist. Und jetzt wollen wir mal ausrechnen, wann das der Fall ist. Wir haben hier doch diese Formel hier und die soll 0 werden. Und das bedeutet, dass der Term hier in den Klammern 0 sein soll. Naja, und das wird er, wenn diese beiden Brüche hier gleich groß sind. Denn da ist ja so ein Minus dazwischen. Wenn die beiden Brüche gleich groß sind, kommt aus den Klammern 0 raus. So, das heißt, die beiden Brüche müssen gleich groß sein. Und jetzt forme ich mal immer in kleinen Schritten um, um auf das Ergebnis zu kommen. Keine Sorge, das wird jeweils ganz einfach. Ich nehme mal als erstes auf beiden Seiten den Kehrwert von der Formel. So, und jetzt habe ich links und rechts Brüche, die schon auf jeweils den Hauptnenner gebracht sind. Dann splitte ich die mal in so Einzelsummen. Gut, und wenn wir uns das jetzt mal so angucken, wir haben links stehen R2 durch R2, rechts R4 durch R4. Das ist doch jeweils 1. Naja, und wenn ich mir jetzt die Formel so angucke, dann kann ich doch auf beiden Seiten einfach 1 abziehen. Und dann komme ich zu der Abgleichbedingung. Meine Brücke ist abgeglichen, wenn auf der linken Seite das Verhältnis der Widerstände R1 und R2 genauso groß ist wie auf der rechten Seite. Also das Verhältnis von R3 und R4. So, und was haben wir jetzt von der ganzen Sache? Naja, zeige ich euch. Bisher wissen wir, dass so eine Wheatstone-Brücke abgeglichen sein kann. Und jetzt nutzen wir sie mal in einer etwas abgewandelten Form. So, auf der linken Seite nenne ich meine Widerstände jetzt Rn und Rx. Das Rn, das ist ein Normwiderstand. Das ist ein Widerstand, dessen Wert ich exakt kenne. Und das Rx, das ist ein Widerstand, von dem ich nicht weiß, wie groß er ist. Und den Wert möchte ich jetzt bestimmen. Auf der rechten Seite habe ich jetzt ein Potentiometer eingebaut. Das heißt, ich habe nicht mehr zwei diskrete Widerstände, sondern einen Widerstand, wo ich mit einem Mittenabgriff hin und her schieben kann, wo ich diesen Widerstand aufteilen möchte. So, weiterhin messen wir die Brückenspannung UB. Und wir verschieben jetzt unseren Anschluss vom Potentiometer so lange hin und her, bis wir gefunden haben, auf welcher Stelle die Brücke abgeglichen ist, also dass UB 0 ist. Wie gehe ich denn jetzt da mit diesem Potentiometer um? Naja, ich splitte es einfach mal in zwei Widerstände. Und zwar unten, da nenne ich den P mal R. Und das P, das ist ein Parameter, der läuft zwischen 0 und 1. Entsprechend, wenn P 0 ist, ist mein Schieber gerade ganz unten. Wenn P 1 ist, dann ist er ganz oben von dem Widerstand. Und entsprechend ist die obere Hälfte da 1 minus P mal R. Gut, und jetzt kann ich meine Formel für die Abgleichbedingungen einfach mit den anderen Bezeichnungen hier einfügen. So, und da sehe ich doch, da steht auf der rechten Seite im Zähler und im Nenner jeweils das R, der Gesamtwiderstandswert von meinem Potentiometer. Das kürze ich mal raus. So, und damit haben wir die Abgleichbedingungen gefunden für unsere neue Schaltung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir damit denn jetzt den unbekannten Widerstand Rx bestimmen können. So, wir kennen unsere neue Abgleichbedingung. Und jetzt wollen wir herausfinden, wie groß Rx ist. Dafür fügen wir einen uns bekannten Widerstand Rn in die Schaltung ein. Und dann verschieben wir unseren Schleifdraht am Potentiometer so lange, bis die Brücke abgeglichen ist. Und wir merken uns den Parameter P, also die Position, an der der Schleifdraht gerade war, damit die Brücke abgeglichen ist. Und jetzt können wir unsere Abgleichbedingungen einfach umstellen nach Rx. Das sieht dann so aus. Und in diese Formel setze ich jetzt den Wert meines bekannten Normwiderstandes ein. Und ich setze den Parameter P ein, bei dem die Brücke abgeglichen war. Und schon habe ich meinen unbekannten Widerstand Rx bestimmt. In der Praxis ist es jetzt noch wichtig, welchen Wert denn eigentlich mein Normwiderstand Rn hat. Und wie man den auswählt, das zeige ich euch im nächsten Video.